Teil 13 von Komische Lyrik Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das böhmische Dorf von Christian Morgenstern Palmström reist mit einem Herrn von Korf in ein sogenanntes böhmisches Dorf. Unverständlich bleibt ihm alles dort von dem ersten bis zum letzten Wort. Auch von Korf, der nur des Reimes wegen ihn begleitet, ist um Rat verlegen. Doch just dieses macht ihn blass vor Glück, tief entzückt kehrt unser Freund zurück und er schreibt in seine Wochenchronik wieder ein Erlebnis voll von Honig.